Hallo, willkommen in ein neues Minecraft PE. Let's play. Es heißt Spongebob PE. Ja, das ist eine neue Map. Ja, wo wir in Bikini boten. Ihr könnt sie euch über Google Play Store runterladen. Unter Spongebob, unter Spongebob. Ja und, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Also Daub hoch und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr noch mehr wollt oder nicht. Überlasst es einfach nur uns. Und ja, dann stimmen wir zu. Und jetzt geht's los. Okay, wo sollen wir anfangen? Vielleicht im Abfalleimer. Das Geheimversteck vom Plankton. Das ist nur ein Kolben. Funktioniert nicht. Gehen wir mal in die Ananas. Also in Spongebob unter Wasser Ananas. Danach gehen wir bei Thaddeus rein und danach bei Patrick. For sale. Sea Bears, Safety Source, Circa. In Bikini Bottom. Das ist leider nur ein Schrank. Was ist das da? Da unten ist die Küche. Das ist ein Bad Room. Was? Das ist nicht das Bad Room. Das ist das Bad Room. Was ist das? Oh. Oh. Das. Was? Was? Oh. Hier geht's in seine Unterwasserbücherei. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Hier? Ah, doch. Ich denke, ich kenne die. Da war er schon öfters im Film. Das ist Spongebob Schuhe. Spongebob Pants. Spongebob Shirt. Okay, die gefällt mir. Na, dann gehen wir mal in den Bad Room. Ja, wir gehen woanders. Hier können wir mal runterspringen. Gleich geht's auch noch auf seinen Dachboden. Ja, genau. Da wollte ich auch. Oder auch. Oder wenn ihr es bevorzugt, auch in seinen Garten. Dann hat er ja auf dem Dach. Ja, das stimmt. Oh, was ist das für ein Ding? Oh. Box. Geh mal hinter den Wald. Da ist auch was Cooles. Warte ich? Ja. Hinter diesen? Jupp. Ein Campingplatz. Oh, den hab ich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Wo ist denn? Patrick. Patrick. Okay, diese. Das soll Patrick sein? Ja. Patrick. Da hinten ist auch eine Pyramide. Darin ist Tadeus bei den Cephalopoden. Wo denn? Da hinten oder da? Hinter dem Wald ist eine Pyramide. Das ist die Cephalopodenloge. Da meinst du? Jupp. War ich dort schon? Nein. Aber das kenn ich. Wo diese ganzen Tadeusse sind, ne? Da. Der ganz vorne ist Tadeus. Ich find den haben sie gut getroffen. Das finde, der sieht hässlich aus. Squidward. Wieso Emerald? Oh. Die Bühne. Die Bühne. Das ist einfach nur ein Gang, der geht, der führt zu einer Mauer. Was für eine Mauer ist. Eine Mauer. Wozu ist der Gang? Weiß ich nicht. Ich guck mal auf. Aber das könnt ihr auch selber herausfinden. Was ist das? Das ist der riesige Albino-Albino-Albino, mit dem Spongebob und Patrick Stadeus wieder in die Loge bringen wollten. Albino-Ehl? Was ist das? Was ist das? Das ist der Einkaufsmarkt. Book Museum. Das ist Museum. Oh. Ich bin dumm. Was soll hier so? Ist gar nichts. Okay. Best Museum ever. Oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Na dann. Das war's. Tschüss. championship. Vielen Dank.